Cardano ist größer als Bitcoin. Charles Hoskinson feiert das erfolgreiche Chang-Upgrade von Cardano und hebt die Errungenschaften hervor. Die letzte Phase der Roadmap, Voltaire, begann mit einem Fokus auf Dezentralisierung. Tokeninhaber erhalten mehr Mitbestimmungsrechte bei der Entwicklung des Netzwerks. Hoskinson bezeichnete dies als eine der größten technischen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Er erklärt, Cardano sei ein verteiltes System, das ohne zentrale Koordination weltweit funktioniert. Laut Hoskinson stellt Cardano Bitcoin in den Schatten und sei nun ein Governance-Virus. Gegen Bitcoin und seine Anhänger teilt Hoskinson weiterhin regelmäßig Seitenhiebe aus. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.